einen wunderschönen guten bonjour und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren duplo review wieder ein set aus dem jahr 2023 quasi frisch erschienen und zwar die 1099 3 89 euro 99 uvp im schnitt aber schon für um die 60 euro zu haben es ist tatsächlich ein 3 in 1 set ich werde alle drei aufbau varianten hier zeigen und was genau drin ist das gucken wir uns jetzt an so fertig aufgebaut steht das baumhaus in variation nummer eins vor uns gehen wir wie immer zuerst die minifiguren durch beziehungsweise die duplo figuren wir haben eine erwachsene in dem set das ist diese hier und für alle hidden side fans also wer da nicht ganz stark an jb erinnert wird weiß ich auch nicht also sowohl haarfarbe als auch brille aber gut vielleicht ist das in einem parallel universum jbs nebenbeschäftigung hier kinderbetreuung im baumhaus so duplo figur kann wie immer das was eine duplo figur kann sie kann sich hinsetzen sie kann die arme bewegen und sie kann den kopf drehen um 360 grad sehr schön so dann mal wir stellen die mal hier sind damit ich weiß dass ich sie schon hatte dann haben wir dieses hübsche kind übrigens mal so als von größen vergleich also sie sind so da sieht man es ist schon ein größenunterschied drin so und auch hier wieder kann sich hinsetzen kann die arme bewegen und den kopf drehen hallo so dann kommen wir zu den anderen kindern und die haben sogar schon ein paar von ihren zubehörteilen upsala mit dabei und zwar das mädchen mit regenschirm ich finde übrigens diesen regenschirm sehr sehr niedlich gemacht einfach aber funktioniert dann haben wir noch einen jungen mit gießkanne die gießkanne ungefähr genauso groß wie er hübsche sommersprossen ich hoffe man sieht es in der kamera ja kann man ganz gut sehen genau der ist hier schon beschäftigt die blümchen zu gießen dann haben wir einen jungen mit skateboard duplo skateboard hatte ich bisher tatsächlich noch nicht der junge vorschrift mäßig mit helm ausgestattet also geht nicht kaputt die rübe und skateboard funktioniert so weit auch so dann das waren die menschlichen figuren dann haben wir ein eichhörnchen mit dabei da springt es mir aus der hand ein eichhörnchen das mit dabei das können wir mal hier oben drauf setzen so dann haben wir eine weiße katze mit dabei diese hier ich mag ja diese katzen wo ich hier immer sehr schön und dann haben wir noch einen hübschen vogel dabei den kennen wir zum beispiel aus dem güterzug da war es eine möwe in weiß und hier keine ahnung ein gelber vogel ein gelber vogel mit hübschen federkleid vorne dran dann reiße ich das baumhaus erstmal auseinander so dann gucken wir uns das andere zubehör an was hier noch so rum steht hier im vordergrund und zwar einmal ein hocker mit einer tasse tasse diesmal nicht bedruckt dann noch ein weiterer hocker damit man sich auch hinsetzen kann dann wieder diesen hübschen lagerfeuer stein mit einer in einer teekanne obendrauf ich finde übrigens total super ein mold aber man weiß ganz genau was gemeint ist so dann zwei steine einer davon bedruckt mit äpfeln drauf dann haben wir obligatorischen besen der auch irgendwie gefühlt in jedem duploset vorhanden ist gefühlt jedenfalls keine kritik dann haben wir eine schubkarre mit einem dicken fetten kürbis drin die schubkarre finde ich tatsächlich auch sehr witzig moment wir können ja mal halt moment du hast nichts zu tun dann machst du jetzt schubkarre so zack kürbis rein in die kamera lächeln und freuen schön sehr hübsch so dann haben wir hier eine gitarre einen kleinen tisch mit einem teller erdbeeren drauf natürlich auch wieder abnehmbar und eine hübsche picknick decke mit vogelmuster apfelmuster eichhörnchen und nussmuster drauf fand ich sehr niedlich wo ich sie ausgepackt habe so dann kommen wir zum eigentlichen spaß und zwar das baumhaus was ist da so los dazu verändern wir mal die kamera und zoomen ein wenig ran so wir haben ein quasi ein kleines baumhaus hier auf der linken seite das hat hier zwei fenster beziehungsweise einmal vorne raus einmal hinten raus was ich ganz was ich ein bisschen merkwürdig fand war warte mal ich werde das mal hier noch mal ganz kurz abtrennen was ich ein bisschen merkwürdig fand war dass das fenster auf der anderen seite eine andere farbe hat also dass das soll so das muss so aber irgendwie fand ich ein bisschen merkwürdig so aber wenn wir es eh schon gerade gedreht haben können wir uns auch gleich die rückseite angucken da ist jetzt nicht allzu viel los wobei ich das ganz cool finde dass diese diese baumstammteile ebenfalls ein großes teil die sind tatsächlich groß genug dass man halt da wirklich auch eine figur hinter verstecken kann so zack junge ist versteckt so dann können wir hier noch jemanden reinsetzen der dann müsste eigentlich passen passt oder auch nicht die dicken wurstfinger so jetzt jetzt passt sitzt da drin und freut sich macht die fenster wieder zu und schon sind schon mal zwei zwei von vier kindern verschwunden so ich verbinde das hier hinten wieder dann gehen wir weiter dann gibt es nämlich die verbindungsbrücke die hatte ich glaube ich schon mal in einem jurassic park set in so einem dino gehege und die kann so ein bisschen hin und her schwingen also eine schwingen brücke eine hängebrücke und da setzen wir jetzt mal das mädel hier oben drauf so und dann kann die da stehen und vor sich hin wippen bzw ihr gewicht macht das schon von ganz alleine dass sie so leicht nach hinten über kippt so dann das baumhaus da fängt es an da hört es auf wir suchen wieder ein stück raus so zwei hübsche blümchen hier im vordergrund eine leiter nach oben auch hier wieder der der baum mold also was wir hier schon auf der linken seite hatten bloß diesmal so ein bisschen eingearbeitet dann gehen wir mal ein stück hoch so dann haben wir hier eine hübsche rutsche an der seite wenn wir gleich mal ausprobieren funktioniert noch einmal ja läuft funktioniert jetzt auch mit großen dublo figuren bestimmt testen wir aus ups ja erster versuch läuft so dann haben wir darüber ein zweites stockwerk ich glaube wir drehen nachher mal das hat noch mal um dass man da vielleicht auch besser reingucken kann so da haben wir wieder ein fenster was man öffnen kann und direkt daneben eine tür die man öffnen kann witzigerweise so konstruiert dass sie die tür direkt hinter dem dem korb ist der korb der kann hier runter gefahren werden und dann sieht man auch die tür dahinter also ich sage es so ein bisschen seltsam konstruiert aber wahrscheinlich genau aus dem grund dass man halt seine vorräte dann direkt ins baumhaus holen kann so wir probieren es mal aus mit dem jungen der den helm auf hat ob denn das auch funktioniert dass man da eine figur hochzieht funktioniert auch oder auch nicht so jetzt sagt wunderbar und dann kann der da schön einsteigen so darüber ist eigentlich nicht mehr als so viel da ist noch eine ebene da hatte ich das eichhörnchen drauf gesetzt und den vogel da sind auch wieder zwei fenster sowie auf der linken seite wir machen die von hinten auf so dass man sich da oben reinsetzen kann und hier hat man halt noch eine ebene und diesen hübschen regenbogen print wobei dieser regenbogen print auf der rückseite noch einen anderen print hat den sehen wir aber in einem anderen modell dann gleich noch einmal so und ganz oben sitzt halt der kleine vogel da können wir noch mal ranzoomen da sitzt er oben drauf und was ich ganz witzig finde ist sind diese teile hier denn die sind ausgehöhlt also die sind oben hohe und ich vermute mal dass sinn und zweck der übung sein wird dass man dort jemanden reinsetzen kann und dann sind sie quasi den baum hochgeklettert und erfreuen sich über die aussicht so jetzt sind wir aber langsam die spielfiguren hier ausgegangen das kann man nur eine holen und genau dann können die kinder da oben schön im baum sitzen und ja sie doch sieht doch nicht aus so ja das war ach nee im moment wir wollten ja noch die rückseite und angucken moment wir versuchen uns noch mal zu drehen du bloß ja leider ein bisschen filigroner also instabiler genau auf der rückseite moment 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 die musik auf der rückseite haben wir dann moment ich so mal noch mal raus so sieht es von der rückseite aus aus auf der rückseite haben wir noch mal eine zweite leiter hier ist noch mal ein hocker eingearbeitet und hier ist ein tisch mit einem transparenten stein warum weiß ich nicht aber vielleicht ist es ein beleuchteter tisch oder sowas in der art ich weiß es nicht ja und wie gesagt und hier halt die die rückseiten fenster sozusagen wo man dann halt das hat auch von hinten bespielen kann so und wunderbar das war variante nummer eins jetzt baue ich variante nummer zwei auf und dann schauen wir mal wie das denn so aussieht bis gleich so und so sieht variante zwei aus finde ich ehrlich gesagt auch gar nicht so schlecht hat tatsächlich sogar finde ich jedenfalls noch ein bisschen mehr diesen baumhaus flair irgendwie beim ersten ja beim ersten bild war es zwar ein großer baum aber hier sage ich mal hat man halt richtig sage ich meine szenerie wo man halt auch spielen kann also wir haben hier in der mitte vom vom baumhaus jetzt quasi so eine richtig kleine küche eingerichtet wo die kinder dann da sitzen können und tee trinken können ja sehr hübsch so hier oben tatsächlich haben wir jetzt die rückseite von dem von den steinen mit dem regenbogen denn auf der rückseite ist tatsächlich regen abgebildet genau so dann haben wir oben wieder die die sitzmöglichkeiten in den baumwipfeln hier vorne den kran dann haben wir hier ich weiß nicht warum das so gemacht wurde aber haben wir quasi ein separat das kürbisschild was so hier vor sich hin steht dann haben wir hier die brücke wurde umfunktioniert zur hängematte bzw dadurch dass es offensichtlich regnet so haben es die steine angezeigt kann sich dann die katze sogar darunter verstecken und hat schutz vor regen genau so wir gehen noch mal ganz kurz nach unten beziehungsweise können wir ja noch mal hier einmal abfilmen unten steht eine blume drin und da stehen die zwei bäume die halt die große konstruktion halten tatsächlich so gefühlt von der fläche ist das hier die größte konstruktion denn diese platten hier die sind die bilden eine fläche sag ich mal das sind vier platten sind in dem ganzen set drin und diese vier platten sind in dieser fläche hier verbaut so hier drüben ist der pilz hingekommen da oben sind die äpfel hingekommen und wie gesagt da drüben können die kinderchen spielen so eine sache haben wir hier noch in dem zweiten bild dazu stellen wir die kamera hier wieder auf so und zwar ist das das hier das eichhörnchen und das eichhörnchen hat jetzt seine eigene hütte war denn wahrscheinlich zu blöd da im baumhaus sich das den baum zu teilen mit den kindern deswegen ist das eichhörnchen ausgezogen und hat jetzt seine eigene hütte so und da kann er jetzt fröhlich drin sitzen wieder zurück und das vögelchen leistet ihm dabei gesellschaft so das war variante 2 des baum hauses jetzt gucken wir uns noch variante 3 an und dann schauen wir mal welches davon am besten ist bis gleich da sind wir wieder mit variante nummer drei des baum hauses und ich hatte vorhin den scherz gemacht das eichhörnchen hat sich von den anderen abgekapselt und lebt jetzt alleine das ist jetzt die variante wo alle alleine leben denn das sind tatsächlich drei kleine baumhäuser die nicht mehr zusammenhängen sind sondern halt separat für sich stehen tatsächlich bei dem aufbau hier bleiben einiges an teilen übrig das ist dieser kleine haufen hier aber natürlich ich meine wir reden hier von douglo wenn wir mal ganz ehrlich sehr lange bleiben diese aufbauten ja eh nicht zusammen von daher vollkommen wurscht auf die paar steine da so wir gehen mal kurz durch wir haben baumhaus variante nummer eins was im prinzip ja eigentlich nur aus einem fenster besteht und oben wieder diesen ausguck hat wo die kinderchen sich einsetzen können dann variante 2 hat der tür hat ein fenster aber mehr auch nicht tatsächlich hier oben sind noch die äpfel eingebunkert und eine rutsche und die gießkanne und der besen sind hier mit eingearbeitet aber ja wie gesagt also variante 3 finde ich jetzt schon nicht mehr ganz so prickelnd aber immerhin man hat ein bisschen varianz drin ist ja auch ganz schön wenn man umbauen kann wenn man möchte so variante 3 beziehungsweise baumhaus nummer drei ist das hier da ist der erdbeerteller da ist wieder der 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 kran hingekommen der der seilzug wobei der hier natürlich echt wenig zu tun hatte weil das ist weil er ziemlich niedrig ist da ist die rutsche hingekommen genau so variante 4 beziehungsweise baunummer 4 ist die obligatorische hängematte da ist nun gar nichts mehr also keine dekoelemente mehr dran keine tiere mehr dran kein gar nichts da kann er kann die erwachsene sich daraufhin fläzen und den tag genießen dann haben wir hier die die kaffeekanne beziehungsweise die teekanne auf der picknick decke die tiere soll man laut anleitung warum auch immer jetzt auf die auf die hocker setzen keine ahnung ein kleiner tisch mit der tasse das übrige zubehör zeug und eine kleine blume und die pilze zusammen mit dem vogel das ist variante 3 von dem 3 in 1 baumhaus und damit sind wir durch ich hoffe das video ist nicht allzu lang geworden und das war recht interessant für euch schreibt mir gerne in die kommentare welche variante ihr am schönsten fand fandet oder ob ihr das hat vielleicht sogar habt und wie eure spielerfahrung damit ist lasst mir gerne ein like und ein abo da dann verpasst ihr auf diesem kanal nichts mehr und natürlich werden auch mit sicherheit weitere duplo reviews noch folgen macht mir nämlich eine menge spaß die set sich anzugucken weil sie doch recht liebevoll und niedlich gestaltet sind und wenn ihr lust habt euch dieses set auch zu kaufen schaut gerne unten in die video beschreibung rein dort wird es viel links geben zu lucky bricks und zu amazon kostet euch keinen cent mehr aber ich krieg eine kleine provision davon ab in diesem sinne habt noch eine schöne neue woche und wir sehen uns macht's gut